Hallo! Da sind wir wieder! Da sind wir wieder! Mit anderen Kindern! Da sind wir wieder! Ich hab echt auf meiner Socke. Jetzt fällt's auf mich drauf. Warum geht denn das? Ich wollte mein Eis essen! Ich dachte, es gab jetzt erstmal Lobbygelaber. Nee, jetzt muss ich parallel hierzu mein Eis essen. Oha, was ist das ja weg? Oha! Was? Was ist hier los? Ja, okay, Leute. Weiß mal, ein bisschen aßen mehr. Ich bin komplett unvorbereitet jetzt. Aber es ist die Kleine alles zum Glück. Das hab ich, glaub ich, schnell aufgegessen. Alles klar. Geht direkt los. Ja, Lobbygelaber ist nach dem letzten Update jetzt wohl... weg. Ja, ich meine... Eigentlich ja ganz gut. Das ist nicht mehr so lange... Also, es gab ja sowieso die Lobbywartezeiten in letzter Zeit waren erträglich alle. Das stimmt. So fünf Minuten oder so. Geht voll klar. Aber jetzt, wow! Ich bin echt überrascht. Mit einem Fleck auf meiner Brille. Hm. Ja, ich hab mich schon mit meinem Flecken auf der Brille einfach angefreundet. War so. Ja, okay. Oh, okay. Das ist Herbert! Das ist Herbert! Das ist Frank! Ach, reingestellt! Ach, reingestellt! Hm. 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 Überlebende im Todesstatus können immer noch entkommen, indem sie durch die Ausgangssperre oder die Bodenluke kriechen. Ja. Ja, wenn die nicht zugemacht werden können. Hm. Dann wär das ja ganz easy. Durch die Ausgangssperre, Lisa. Durch die Ausgangstore. Nicht durch die Ausgangssperre. Hm. 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 Oh! Oh! Silent Hill! Hä? Silent Hill! Ja, aber ich bin an einem ganz komischen Ort. Vorm Ausgangstor gespawnt. Das hat mich verwirrt. Ich bin in den Toiletten. Da muss ich mir einfach doch wohl mein Eis stellen lassen. Ah, hier kann man sich gut verstecken. Oh, es ist Michael Myers, glaub ich. Irgendwär. Nein. Ich glaube, es ist Michael Myers. Aber ich hab nur ganz kurz was gesehen, ich glaube. Gott. Das ist mega. Ah, schonmal. Oh, Michael Myers. Oh nein. Das ist definitiv Michael Myers. Oh nein. Nicht gruselig. Ja. Hm. Ah, okay. Moment, ich hab Probleme mit meinem Eis. Ich hab voll die rollige Aufnahme von mir. Ich bin gefährdet. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Aber er ist in meiner Nähe. Du bist gefährdet? Gerade schon. Ist gerade in meiner Nähe. Aber ich weiß halt nicht, wo. Ich steh... Ich hocke einfach in der Ecke rum und tue so, als ob ich nichts mitbekomme. Und sie läuft neben mir her, sie wird gejagt und sie läuft neben mir her. Und so nicht. Das geht gar nicht. Gerade mit dem Eis. Entschuldige mich. Okay. Er war gerade irgendwo in meiner Nähe. Und jetzt nicht mehr. Oh, Silent Hill sieht so schön aus. Oh mein Gott. Hier kam plötzlich ein Mensch runtergeflogen. Ja, ich bin hier. Seid ihr irgendwie alle hier? Guten Tag. Was ist denn da los? Ich bin das Problem mit meiner Hand voll mit Schokolade. Wieso? Das ist heute das Schlimmste. Oh. Ja. Er wird mich gleich haben, aber es ist in Ordnung, weil ich... Als man meine Hand entschmieren muss. Ach man. Ich wollte ganz in Ruhe, so während dem Lobbygelaber in 5 Minuten. Okay. Wo ist er? Da ist er. Oh. Wir haben jetzt auch eine Müffe. Nee. Er ist mit viel zu sehr in der Nähe gerade. Ich muss ein bisschen hier hin und rennen herein, damit es meine Möfe über dem Kopf weg geht. Ach, da bist du. Ja, da. Immer wo die Möfe bist. Bist du. Ich hab die voll gehört hinter der Paranoia. Das ist meine Möfe. Ja, okay. Sie ist jetzt weg. Geil. Na dann. Jetzt bin ich auch ordentlich im Spiel drin. Ich muss gleich meinen Schreibtisch sauber machen, weil da ein bisschen Schoki runtergebröselt ist. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Dort spieleorientierungslos durch die Map. 10 Cent. Mach mich mal auch mal nützlich hier. Ich geh mal hoch. Ich hab mich auch noch nicht nützlich gemacht, weil ich mich irgendwie verirrt habe. Ich saß die ganze Zeit in der Ecke und hab Schoki-Eis gegessen. Geil. Ah ja. Alles klar. Das ist voll in meinem Kuchen schreibtisch gerade. Weil ich meine Arme auch immer ablege und dann kann ich das jetzt nicht, weil... Ist ja Schmier drauf. Ah. Schoki-Schmier. Ja, 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 ja. Da ist ein Globus. Und ein Computer voll High-Tech. Naja, geht so. Eigentlich ist ein Globus von... Eigentlich sind Glob... Globen sehr cool, würde ich sagen. Heißt das so. Beides komisch. Ja, ist das nicht der Computer? Ja, bei Essen mag kurz. Immer... Muss man bei Michael auch nicht drauf achten ob man irgendwas hört, weil das halt immer sowieso nist. Ist richtig, der muss halt einfach nur gucken. Oh, der in meiner Nähe. Ich glaub auf eine Generator drauf. Ja, hier ist vielleicht auch ein Generator, würde ich... Ach, da! Oh, schön, du bist direkt neben mir. Oh, der unter mir. Ach, das ist ja dann entspannt. Ja, haben wir die doch auf gleiche Ebene. Ja, hier. Zack! Oh, hier ist noch ein Generator. Oh, jetzt kommt der hier hin. Jetzt kommt der hier hin. Das ist natürlich nicht gut. Hey, ich hab mich hier irgendwo verirrt. Dann gibt's ja auch mit Tieren, wenn man durchzieht. Wow! Hast du grad entdeckt? Ja, ja. Okay, das hört sich sehr so an grade. Ja, ich schrei dann immer. Hast du mal. Oh! Ähm. Ich kann leider auch das... Oh, das ist ja nicht so gut. Sackgasse! Oh. Der war ne Sackgasse. Richtig gemein. Der hat einfach in meine Richtung geguckt. Aber ich bin auch das... Sackgasse und die Scheiße. Stimmt, möchte der mich gerne an seinem Haken singen. Ja. Und, gut, dass wir alle gar nicht weit von dir weg sind. Ja, easy. Aber er chillt bei dir. Ja, er hat irgendwelche Aggressionen. Äh! Äh! Was tut er da? Er nickt mir zu! Das ist ja nett von ihm. Aber er... Aber er... Polar im Halbercamp. Okay, er übt irgendwie das Schlagen. Ja. Ich weiß nicht. Er ist irgendwie ein bisschen... Hä? Was ist denn... Er kämpft bei mir halt eigentlich. Ja, ja. Ich seh's. Also gönnt euch Generatoren. Wenn ich nun wüsste, wie ich zu dir komme. Ich hab mich irgendwie verirrt. Hä? Du sollst gar nicht zu mir gehen. Der kämpft halt schon halb bei mir, ne? Ja, ist mir egal. Okay, warte. Ich muss mich verbreiten. Oh, du wirst gerettet. Ja. Oh, und das bringt nichts bringen, weil der sich ja noch näher uns aufgehalten. Ah, er kommt wieder her. Was ist denn auf ne Party jetzt? Okay. Okay. Vielleicht soll ich hier nicht sein. Meep. Dann schreib das du. Oh. Okay. Ah, da ist er. Ah. Aber ich hatte ein leckeres Schoki alles. Das ist schön. Oh, was war das denn jetzt plötzlich? Oha. Schockerisch. Okay, da drüben wird gemetzelt im Raum neben mir. Okay. Okay, es ist grad voll die laute Musik. Voll wabbeln. Ah, es wird's irgendwie zu riskant, aber irgendwie auch nicht. Die Map kenn ich ja halt auch. Also ich meine, klar, wir waren schon ein paar mal hier, aber irgendwie muss man sich da auch immer wieder normal. Bisschen. Ja, ich dachte, hier kann man nicht. Oh. Oh. Bisschen. Nein, das sind Stühle. Oh, ich misch keine Stühle. Ich misch nen Generator. Man kann nicht alles im Leben haben. Dann geh ich halt runter. Ach, da bist du. Guten Tag. Ach, du bist relativ weit weg von uns. Ich weiß eben den Namen. Stimmt. Ist hier ein Scannerator? Nö. Aber langsam verstehe ich die Anatomie der Map. Oh, hier ist der Keller. Ah, geh ich lieber weg. Bin kein Fan vom Keller. Hier hängt ein Stuhl. Oder hängen eine Stühle so rum. Das ist sehr nah bei mir gerade. Äh? Das ist ja gerade sehr nah bei mir gerade. Okay. Das Problem ist bei diesen Doppeletagen, man weiß nie auf welcher Ebene Decke da ist. Ja. Kann direkt über einem sein, weil man ist voll unnötig ausgefreakt. Oh, voll hübsch mit den Käfigen. Und der Generator ist schon gemacht. Ich mal hier lang. Irgendwie würde ich gerade nicht finden. War ja voll selten. Von der Ecke, oder? Vielleicht ist draußen. Gibt es draußen Generator? Hm. Oh! Oh! Wo ist er denn? Ja 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 wo ist er denn? Okay. Ich glaube, irgendwer wird gerade gejagt. Ja. Deswegen bin ich jetzt einfach nur gestresst. Eben schon. Ich kann halt nicht abschätzen, wo der ist. Ich mach jetzt raus in den Generator. Ich mach jetzt raus in den Generator. Oh, diese Geräusche auf dieser Map. Gehst du grad an dem Generator? Jaja. Hälfte. Gut. Ich auch, bei der Hälfte. Ah, passt. Jetzt bei der Hälfte. Grad mega konzentriert beide. Wir reden wieder richtig viel. Ja, das ist halt... Geht dann halt nicht. Oh, die sind irgendwie sehr nah bei mir. Das ist ein bisschen gruselig. Ah, das ist mein Genat, das ist falsch. Ich kenne dich. Kann sein. Schau, die sind fertig zu bekommen. Sie sind sehr bei mir. Oh, er könnte mich gleich haben. Nein, nein, ich hab ja... Laaa! Ich muss weg, 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 ich muss weg. Kambu... Oh, shit! Äh, hallo! Sag Bescheid, wenn er dich jagt, ne? Dann... Er hat mich gejagt, jetzt jagt er mich nicht mehr. Ist wieder zurückgegangen. Ich weiß aber nicht, ob du sie jetzt retten kannst, da eine Generator... Ja, das ist halt die Frage, ich seh halt nicht viel. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber die... Da ist ein fast gemachter Generator draußen. Oh, scheiße. Äh, er hat daneben geschlagen, wie ein dummen Bugsling. Okay. Seid ihr draußen? Ja, Achtung. Oh! Oh, ja. Hutsch. Hä? Ist ja gar nicht mehr hinter mir her. Oh nein, hab ich bei dir abgeschmiert. Ich bin ja auch rausgerannt. Wir sind so aneinander vorbei und da bei ihm... Ja, dann hab ich abgeschmiert. Das war doch gar nicht mehr bei den Toiletten, glaub ich. Aber draußen ist ein Generator, der fast gemacht ist. Draußen? Ja. Da musst du noch ein bisschen. Ja, ist okay. Ich weiß halt nicht genau, wo er sein soll. Okay. Er geht weg? Ja, ja. Irgendwo draußen steht ein Generator. Ja, ich kann grad nicht. Ich bin noch verletzt und ähm... Er war halt gerade direkt in meiner Nähe. Oh, machen die irgendwelche Anstalten. Okay. Voll dramatisch. Scheiße. Der kämpft halt wirklich halt bei dir. Voll dramatisch. Aber halt nur. Oh nein, geht gar nicht. Ah, jetzt kommt er wieder zu mir. Guten Tag. Ja, sicher. Ich hänge hier noch ab. Ja, jetzt muss er nicht sterben. Ah. Okay, ich geh kurz zu denen. Damit die mich heilen, weil aktuell bin ich noch angeschraubt. Oh. Ah, die haben den Generator gemacht. Er kämpft halt bei dir. Das ist irgendwie schlecht. Aber ihr seid alle Heiler. Ja. Ich wurde halt geheilt als... Du 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 du. Du 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 du. Ist er noch bei dir? Nö. Grade nicht. Ja, das bin ich gerade. Wohin? Niete! Ich hab dich... Ja, ich hab mich nicht umgeguckt, weil gruselig. Ähm... Wo sind die Ausgänge aus? Da. Regenüber sind die immer. Ähm, hau fuck. Geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne. Los! Nein! Schnell! Ich glaub, die Stille! Das war fast da! Gut, perfekt! Ich hab für dich den Tag eingesteckt! Ja, das war auch... Das ist die einzige Takte, die man da machen kann. Ah! Sonst ginge das nicht. Ja, wow! Wer hätt's gedacht! Danke für diese Information! Und jetzt war ich doch angespannt nach dem Ende. Und ich hab jetzt Shogo auf meinem Tisch verteilt. Oh, einer lebt noch. Oh. Okay, das ist ein... Ach so, chillt. Hä, chillt direkt hier vor dem Ausgang. Also eh, praktisch im Ausgang. Was ist ihre Mission denn? Warum? Einfach um zu triggern? Stich nicht. Oder so? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Äh? Hä? Können sie bitte? Also... Ja, ich mein, das ist ihre Sache, ne? Okay. Ja, gut. Ja, wenn da niemand ist, dann sieht das auch niemand. Super. Ja, gut. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Okay. Okay. Ach, der will, dass man die Palette umgibt. Ja, aber als ob der das jetzt macht. Als ob der das jetzt macht. Jetzt, weil... Das wär jetzt echt Risiko bei euch. Der Timer geht ja klar. Denkt sie auch an den Timer? Ja. Hä? Boah, es wird so der Move, wenn jetzt der Timer zu Ende geht und sie einfach aufgeschüßt wird. Ja, aber wenn... Warte, ich komm mal kurz was für Perked er hat. Äh... Achso, okay. Ja, können wir wenden. Dann, äh... Tschüssi! Tschüssi!